Liebe Gemeinde, nach dieser vollkommen wilden Runde geht's in die nächste Runde, die schon vorbei ist, nachdem dieser andere angefangen wurde gewissermaßen. Was auch immer, MS-TileRusher. Es spielen Leilche und Dande, Ex-Toiletten-Trupp, gegen Dorfwaffe-Präsident, Novator und Ghul. Auf der Karte, TileRusher, keine Agreements, kein gar nichts und wir schauen uns das jetzt im Replay an. Gut, den ersten Zahntag lassen wir mal so durchlaufen und danach würden wir auf doppelte Geschwindigkeit hochgehen, um den Aufbau ein bisschen zu skippen. Im Süden haben wir das Team des, äh, der Bewegung, äh, das Team von, doch, das Team der Bewegung Dorfwaffe-Präsident, im Norden haben wir Erex-Toiletten-Trupp. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, das Spiel gerade war hektisch. So, Leilche ganz oben im Norden, Dande im Osten, Novator im Süden, Ghul im Westen. Genau, jetzt kannst du kurz mal tun, Phönix. Vielen Dank fürs, äh, Aufhalten, natürlich. Gut, im Süden werden erstmal alle Mienen besetzt. Was mich interessiert, ist der Norden, wie der seinen Aufbau durchführt. Denn ich glaube, die beiden haben wir auf dieser Karte noch niemals spielen sehen, oder? Haben wir? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich doch. Aber sie sind nicht, äh, nicht ganz so erfahren, oder ganz so stark wie das Süd-Team, dementsprechend, kann man ja kurz mal sehen. Ich meine, wir haben gegen sie gewonnen, dementsprechend heißt es automatisch, dass sie nicht so stark sein können, wie das Süd-Team, gegen das wir wahrscheinlich nie im Leben gewonnen hätten. Das soll jetzt kein Death sein. Das klang wie ein Death. Das sollte es nicht sein. Gut, Marie de Moffiché und Erek. Die Massenvernichtung wurde gewählt. Bildung ist im Forschungsbetrieb. Zweite Hochschule kommt hoch. Drei Leute sitzen hier dabei, die Minen zu bauen. Steingrube und Lehmgrube wurden eigentlich noch nicht gebaut. Die gehen wahrscheinlich jetzt gleich zur Steingrube runter, die hier gleich zur Lehmgrube. Es wurden drei Leibeigengruppen aufgeteilt. Interessant. Bei dann, da haben wir einen standardmäßigeren Aufbau. Gut, die Hochschulen werden hier in diese Richtung gesetzt, nicht in diese. Okay, die Hochschulen werden hier einmal drum herum gezogen, das heißt, das ist schon mal so abweichend vom Standard. Die Hochschulenplatzierung bei Leiche ist das schon standardmäßiger. Gleichermaßen haben wir es hier bei Ghoul. Wobei Novata auch seine Hochschulen hier außen rum zieht. Das heißt, sie werden wohl mit den Zieglern ein bisschen im Weg stehen. Das heißt, sie werden wohl mit den Zieglern ein bisschen im Weg stehen. 440, das ist noch drin. Da ist tatsächlich noch alles drin. Alle Minen können besetzt werden. Hier war das nicht ganz drin, weil... Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, die Minen könnten eher gefährlich gewesen sein. Oder hat mit den Hochschulen irgendwie... Irgendwas hat auf jeden Fall nicht ganz gepasst. Deswegen hat er hier nur einen 840er-Zahltag hingekriegt. Aber alle anderen kriegen, glaube ich, wobei... 69. Okay, alle kriegen in den perfekten 69er hin. Wobei es bei Leiche nicht ganz geklappt hat. Ab dem ersten Zahltag können wir jetzt gewissermaßen eine 2 da reintun. Wir gehen mit Doppeldergeschwindigkeit hier durch. Damit wir ein bisschen besser sehen können. Wir haben den Talosha-Aufbau schon mehrmals gesehen. Wir sind im Replay. Und das Ganze muss ja nicht in Ewigkeiten dauern. So verkürzen wir von 40 Minuten auf 20 Minuten. Das ist schon gut. Auch wenn es nicht wirklich so viel schneller wirkt. Eric und Marie de Moffiché wurden ebenfalls von Novator gewählt. Ebenso von Ghoul. Hier steht bereits die Sägemühle. Das Dorfzentrum. Da ist Leiche daran hingelieben. Er hat zuerst die Geschichten gebaut. Dementsprechend stagniert er und kann hier keine Leute reinkriegen. Interessanterweise baut Dandel auch zuerst die Sägemühle, bevor er auf den Gedanken kommt, weitere Lehmgeschichten aufzustellen. Er hat aber seine Kapelle schon stehen. Kapellen werden im Süden auch gerade hochgeprügelt. Und stehen gewissermaßen. Die werden halt versorgt gerade. Hier wurde einfach Gift gemacht. Weil man es konnte und einfach gebufft. Wahrscheinlich wollte man testen, ob ein Doppelbuff möglich ist. Was schon wütend gewesen wäre. Ziegler bei Ghoul. Ziegler bei Novator. Weil Leiche geht zum Schluss mit dem Dorfzentrum los. Und gut durch. Ziegler erscheint jetzt auch inzwischen auch hier. Wir können einen kleinen Punkteabgleich machen. Von den Punkten her sehen wir, dass Novator hinter Ghoul direkt ist. Ghoul ist ganz vorne. Darauf folgt dann Dandel und darauf folgt dann Leiche. Es hat ein bisschen stecken geblieben aufgrund des Umstandes, dass sein Dorfzentrum halt nicht direkt gebaut wurde. G.U. gönnt sich inzwischen zwar das Dorfzentrum. Novator ist bereit, es zu bauen, sobald er das nötige Holz hat. Dandel wird es gleich brauchen. Das heißt, er müsste es jetzt... Ah, er hat den Ziegler zu früh gebaut. Wobei, er könnte es schnell noch zusammenkriegen für den Zahltag. Er bleibt eigentlich jetzt auf dem Weg... Jetzt wird jetzt, er hat es zu spät gebaut. Jetzt stagniert er gleich mit dem nächsten Zahltag. Das ist ein Problem, das bei Leiche nicht auftreten wird. Er baut sein Dorfzentrum rechtzeitig auf. Interessant ist aber auch, Leiche ist tatsächlich auf den Aufbau gegangen. Ich würde ihn den Pit-Aufbau nennen. Nicht direkt die Kapelle zu bauen, sondern schlössend erstmal Ziegler rauszuschmeißen, was das Zeug hält. Das bedeutet, er wird wahrscheinlich dieses Risiko eingehen, dass ihn durch die Bevölkerung... Ah, ne, er hat die hier stehen. Ich weiß nicht, ich habe nichts gesagt. Er hat die einfach ganz woanders hingesetzt. Mea culpa, ich revidiere meine Aussage. Gould schickt an Novator ein bisschen Kleingeld, damit er in der Lage ist, damit Spielzeug zu machen. Er baut schon seine Festung aus. Damit verfügt Gould über die erste Festung, direkt gefolgt von Novator. Und dann kommt jetzt Dunder. Oh! Leiche hat eine Zieghütte gebaut, sie hat wieder eingerissen und wieder hingebaut. Wahrscheinlich ein Miss-Click. Oder er hat die gebaut und dann realisiert, er konnte sie doch bauen. Weil er wahrscheinlich die abreißen wollte, um die Steine zu sparen irgendwie. Jetzt baut es jetzt noch ein Bauernhof dazu. Alchemie wird erforscht. Damit natürlich die Unis bald reinkommen können. Hier wird nötig Forschung für die Unis getätigt. Zahnrad ist eine Option, gerade noch nicht. Hier baut sich Dande diesen aufbauten Ziegern auf, damit sie die Ziegern ein bisschen was veredeln können. Es wird nicht ganz so effektiv sein wie im Balancing Stuff, aber durchaus etwas brengenschätzig. Denn Leben ist natürlich was nötig sein, wenn man vernünftige Steineckur zu bauen. Und da kommen jetzt weitere Ziegler dazu. Gut. Jetzt beginnt inzwischen Ghul, seine ganzen Leute mit Wohnhäusern zu versorgen. Damit sie ein bisschen was produzieren. Hier inzwischen baut Novator ein weiteres Lager auf, damit die Ziegler natürlich nicht so weit latschen müssen, um mehr Sachen zu machen. Und beginnt auch, seine Ziegler mit Wohnhäusern zu versorgen. Bis weiter tauchen hier noch weitere Ziegler auf. Interessant. Ghul wird es wahrscheinlich wieder massiv an Steinen sammeln. Dann hat sie leichter als die Tendenz, den Bauernhof immer zuerst zu bauen. Ich meine, ich verstehe, warum. Sie sind das teurere Gebäude und sie sind schwieriger einzuplanen, was Platz angeht. Aber das ist nicht ganz so hilfreich manchmal, weil die halt teurer sind und nicht so viel bringen wie Wohnhäuser. Unterdessen ist Dande dabei, alles mit allem zu versorgen, so gut es geht und Zahnrad zu erforschen, während er eine Uni hochprügelt. Buchdruck ist bei Novator inzwischen in der Forschung. Metallurgie wird bei Ghul geforscht. Interessant. Was war denn so früh mit der Metallurgie schon? Der Stille von Zahnrad vor allem. Ah ne, er hat Zahnrad schon. Klar. Ich meine, er hat eine Stille von Buchdruck. Jetzt begibt Ghul hier seine Steineko aufzubauen. Ja gut, gerade eben war durchaus eine schöne Runde. Es ist halt immer interessant, wenn zwei Teams, die sich ungefähr ebenbürtig sind, aufeinandertreffen und besonders, wenn sie beiden Teams nicht zu stark sind. Wenn zwei schwächere Teams aufeinandertreffen, finde ich das Spiel meistens interessanter, als wenn zwei starke Teams aufeinandertreffen. Denn bei den Starken ist es meistens so, die Schlacht wird geschlagen und danach ist klar, wer es wahrscheinlich gewinnen wird. Bei den schwächeren Teams kann man niemals ausschließen, dass noch größere Fehler passieren. Oder andere Sachen irgendwie übersehen werden und dadurch das Ganze in ein ewiges Hell und Terror eskaliert. und dann geht es ganz gut voran mit den ganzen Verädeln, wie es aussieht von dem ganzen Aufbauen von Sachen. Ja, die Lehnverädler haben schon ein bisschen was er geschaffen. Er könnte jetzt eine Steinmetze bauen, denke ich. Was durchaus wahrscheinlich eine hilfreiche Sache wäre, wenn er überhaupt auf Steinmetze geht. Wie geht es hier inzwischen? Die Motivation ist immer noch niedrig. Aber die wird sich wahrscheinlich gleich fangen. Buchdruck ist erforscht und da baut Leifel seine Uhren. Buchdruck fängt jetzt schon an seine Eisenecke aufzubauen, weil wir, wie wir wissen, ist eine Eisenecke eine sehr, sehr langsame Bitch. Sie braucht eine Weile, um vernünftig anzulaufen. Dementsprechend ergibt es sie die schon zu bauen. Auch seine Schwefel-Ecke beginnt dann schon aufzubauen, wenn seine Steinmetze hier weiter seine Steine zusammen verädeln. Gleiches gilt hier auf dieser Seite natürlich für Novato. Der hat noch nicht angefangen, seine Kampfecke zu bauen. Er hat erstmal die Minen ausgebaut. Aber er sammelt sich aus seiner Steine zusammen. Ghoul verfügt nun über die Zisadelle und baut hier weiter seine Eisenecke aus. Mit weiteren Alchemisten bei Novato sind die Steinmetze auch schon alle ausgebaut. Und jetzt geht es in die Schmiede-Ecke beim Hoch. Lunden, Schloss und Bibliotheken, also Büchereien, wenn ihr schon erforscht. Uhren gehen hoch. Hier geht die Zisadelle auch schon in Auftrag. Die Astoni ist gewichen. Und wird sich eine Alchemisten-Nutte ersetzt. Eine Alchemisten-Nutte hier. Ich sehe, worauf Leiche hierbei hinaus will. Die Leute gehen nach dem Essen, dann lassen wir hier hin. Wobei ich... Ich weiß nicht, gehen die zuerst essen oder gehen die zu... erst schlafen. Ich meine, wir beobachten schon, dass sie immer zuerst essen gehen, bevor sie sich schlafen legen und dann wieder von vorne loslegen. Wir können gleich mal schauen. Wir achten auf diesen Ziegler. Sobald er fertig ist, geht er gleich jetzt mal raus und macht seine Sachen. Oder wir können auch auf den Alchemisten achten. Haben die Versorgung? Die haben Baronhof. Ah. Feuer essen, schlafen. Ach so. Wenn etwas fehlt, gehen die so oder so erst zum Feuer. Verstehe. Und wenn die alles haben, gehen die zuerst essen und dann arbeiten. Dann erst schlafen. Das... Das gibt Sinn. Wenn ihnen etwas fehlt, gehen die also immer erst zuerst zum Lagerfeuer, unabhängig davon, was fehlt. Hm. Das heißt, eigentlich sind Baronhof für direkt neben dem Lager zu haben nicht die beste Option. Wohnhäuser werden besser. Weil die aus dem Schlafen dann direkt ins Lager gehen können. Nur war dort eine Steinmenge eingerissen und prügelt hier gerade mit Leib eigentlich die ganze Kram weg, weil die Haufen weg sind. Er erforscht auch die nützlichen Technologien für Scharfschützen. Weil gut geht die Schwefelecke immer höher. Und die Eiseneco-Arbeit hätte richtig hart inzwischen. Wie viel hat die bisher gemacht? 460 abgeholt, 1400 produziert ungefähr. Und es werden natürlich immer mehr Schmieden und die werden jetzt auch alle versorgt. Das bedeutet, die werden ihre Arbeit gut leisten. Da geht die nächste Uni weichen. Und der gezogene Lauf ist bei Leib gleich erforscht. Wie sieht es bei Dunder aus? Dunder hat sich bereits hier seine Rekrutierungsgebäude aufgestellt, um die nötigen Technologien für seine Truppen zu erforschen. Er baut sich unten eine Eiseneco neben seine Steineco auf. Hallöchen, Sivanas! Willkommen! Willkommen zum Replay! Sobald übrigens die... Sobald übrigens der Waffentrische anendet, gehen wir wieder auf normale Geschwindigkeit. Kampf wollen wir nicht mit doppelter Geschwindigkeit unterwegs sein. Jetzt baut sich gleich erstmal noch einen riesigen Haufen weiterer Steinmetz hier hin. Wie steht es denn bei dir? Aber letztens sind auf jeden Fall im Plan enthalten. Okay, jetzt weichen die Unis hier, weil Waffentrische nichts anderes zu erforschen hat zum Teil. bei Ghoul haben die die Möglichkeit zu weichen bald. Und er ist in der Bevölkerung mit angekommen und wird dementsprechend gleich per Leib ein in die Tonnen treten. Waffentrische Gute Frage. Das muss ich mir so mit Luv absprechen. Also ich will es eigentlich diesen Monat im Verlauf dieser Wochen, die wir noch haben, starten. Wir werden sehen. Falls sich herausstellt, was sich wahrscheinlich herausstellt, dass ich nicht so, ich mach das Handy und schau mal, ob ich irgendwas bekommen habe, dass ich wahrscheinlich keinen Key für die, für das Playtesting vom neuen Siedler-Teil bekomme, dann würde ich an dem Tag am 20. versuchen, das anzustreben. Stattdessen dann eine verbetliche Gothic Armada zu starten. Aber kein Garant, leider. Ich werde das ich werde das nachher mit Luv noch besprechen. Denn das wird lustig. Das wird richtig lustig. Wortwürdig im Korb alle Schiffe wegzurammeln. Gut, ich werde den taktischen Kogika ich werde den Tactical Conjutator. Den werde ich vermissen. Die Verlangsamung der Zeit. Aber damit kann man leben. Okay, bei Leidig kommen jetzt die ganzen Alchemisten hoch. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich hätte es gerne trotzdem per Stream ausgetestet. Alleine, um den neuen Siedler-Teil für Stream-Views auszunutzen. Versteht sich natürlich. Um meinen Frust über diesen neuen Siedler-Teil ausleben zu lassen. Und mit Über-Dramatik dafür zu sorgen, dass Leute sich unterhalten fühlen. Okay, Gould wird das Eisen in seinem Leben nicht ausgehen, glaube ich. Seine Eisen-Eco läuft hart. Novator arbeitet gerade an seinem Schwefel, aber sein Eisen arbeitet auch schon recht gut. Oh Gott! Nein, sein Eisen geht ihm nicht aus. Leitchen möchte nicht, dass ihm der Schwefel ausgeht. Seine Armee wird zum Großteil auf Scharfschützen basieren. Zum absoluten Großteil, er hat keine Schmieden gebaut. Genau, Anno 1701 ist noch offen, sobald ich mit 1602 durch bin. Und das ist ein Problem. Ich will 1701 nicht beginnen, bevor ich mit 1602 nicht durch bin, aber 1602 es zieht sich ein bisschen, gebe ich zu. Es hat nicht den gleichen Spaßfaktor wie Siedler wie E.A. 1503 es hatte. Ich muss mich da einfach einmal durchprügeln und es zu Ende bringen. Wir müssen auch noch schauen, dass wir noch Together-Projekte haben, die noch weitergemacht werden müssten. Wir müssten es hier auf Thievesball-Zeiten wieder ein bisschen fortsetzen. Wir haben auch ein Minecraft-Projekt, das noch fortgesetzt werden möchte, sobald alle können. Ebenso steht es mit Winter und mit Star Wars The Old Republic und das wird alles eine Ewigkeit dauern, bis wir das alles kriegen. Es gibt noch so viel, was kommen mag. Aber ja, meine Pläne für diesen Monat. Anno 1602 wieder anlaufen lassen und vielleicht zu Ende kriegen, einfach zu Ende aufnehmen und dann die Folgen durchlaufen lassen. Da kommt nur Wartos Reiter. Battlefield Gothic Armada 2 starten. und ja, schauen, was bei den anderen Projekten, die aktuell nicht weitergehen können, so zu machen ist. Normale Geschwindigkeit ist wiederhergestellt. Den Kampf betrachten wir natürlich in regulärer Geschwindigkeit. Klar, da müssen wir nicht durchbeschleunigen. Wie lange hängen wir jetzt überhaupt noch? Wie geht's noch? 25 Minuten. Ja, 1602 ist wirklich ein komisches Spiel. 1603 hatte ähnliche Umstände teilweise. Ähnliche Umstände, wie dass die Truppen einfach kategorisch nicht das getan haben, was man ihnen befohlen hat. Aber es hatte einen ganz anderen Effekt dabei noch. 1602 und man merkt, dass das erste Anruhe ist und die Formel damals noch unausgereift war. Vor allen Dingen mit den Eisenminen. Bei Gott, diese Eisenerzadern, die immer leer sind, wenn wir sie angucken. Gut, wir sehen, dass Novata und Ghul sofort, wie von der Tarantel gestochen, losziehen, um die Ressourcengebäude einzunehmen, die Flanken zu sich zu holen. Oh! Ah! Es ist versehen gewesen. Dann hat aus Versehen leichte Reiter ausgebildet. Schade! Ich dachte, er bildet sich leichte Reiter aus, um einen aus leichten und schweren Reitern loszuschicken, um hier bei den Hütten des Erfinders zu gewinnen. Aber nein. Sander bewegt eine Gruppe von Reitern, die nicht aufgewertet sind, direkt in die Mitte. Leitchen bewegt eine Armee aus Scharfschützen, die noch nicht Informationen gebracht sind, auch direkt in die Mitte, wie es aussieht. Es sieht ganz danach aus, dass das Nord-Team den Fehler macht, den schon Pazewa und Banzai vorhin gemacht haben, direkt in die Mitte zu stürmen und die Flanken zu ignorieren. Apropos Knüppel und Steinschleuder. Unser neues Stream-Projekt Ich werde wie gesagt am Sonntag versuchen das Proto-Stream-Projekt zu starten oder ein Prototypen ein Testlauf des Proto-Stream-Projekts wo wir dann anfangen Mount & Blade Bannerlord zu spielen und um es zu lernen werden wir gewissermaßen keinen zwangsläufig ernsthaften oder ambitionierten Run machen wir werden uns ein Vag erstellen Leiche und Dante haben das Schloss erobert gewinnen dadurch den zusätzlichen Bevölkerungsplatz aber die Brücken und die Flanken Leiche und Dante können jetzt in keine Richtung einen vollständigen Angriff durchführen ohne flankiert zu werden genau und dann würden wir wahrscheinlich einen Vag erstellen als Charakter und versuchen ein bisschen zu plündern wir würden einfach mal als Böser spielen in Mount & Blade Bannerlord und nicht versuchen Sachen zu erobern sondern wortwörtlich einfach nur alles zu rauben und zu plündern was geht und zu schauen was bei rumkommt ich wäre gespannt so da sind die Reiter von Leiche von Dante die sind allerdings zu schwach um mit diesen Reitern mit zu halten vor allen Dingen mit den gebufften Truppen hier Schwertkämpfer werden letztlich von Novato hier ausgebildet Ghul an seiner Flanke bildet Scharfschützen und schwere Reiter weiter aus Novato ist fast nicht auf Schwere gegangen dementsprechend er will auf Schwerte und Reiter gehen und wahrscheinlich ein paar Abelästen mitbringen bei Zeiten nehme ich an nicht danach aus so derp wie Warband kann es nicht sein dafür fehlt echt Klagos und es fehlt natürlich die ich stürze alle drei Sekunden ab Mod so hier sehen wir dass der oh die Truppen wurden nein die wurden nicht aufgewertet das sah nur so aus die Panzerreiter zerlegen die schweren Reiter ziemlich kalt Leilche gibt 500 Eisen an Dande weiter die 500 Eisen die wohl übrig hat damit Dande in der Lage Reiter auszubilden weil Dandes Eiseneco noch nicht angelaufen ist noch nicht vernünftig was ok er hat Schwertkämpfe mitgebracht aber es ist schon besorgniserregend weil schwere Reiter sind schon für Eiseneckos und da sind Novartos Abelästenschützen die wir erwartet hatten der Leib eigen ist direkt schon hier hier stehen zumindest auf der Seite von Leitchen diese nötigen Aussichtstüme und ein Kundschaft da ist unterwegs um die Brücke im Blick zu haben Gould macht eine leichte Bewegung Richtung der Mitte und Novator hält so lange noch die Position ich stürze alle 3 Sekunden Brot 20 Minuten im Starten Mod oh ja das war das war wunderschön aber bevor wir unseren tatsächlich ernsthaften Laufen bei einer Lord starten können wo wir wieder mit Dario Karadia vereinen werden klar versteht sich da müssen die ganzen anderen Sachen da sein denn ich möchte auf jeden Fall die ganzen dynastischen Geschichten und Spielereien Familienaufzucht und derartige Sachen die möchte ich drin haben hier ist jetzt der Umstand das Nord Team ist in einer blöden Situation denn sie kämpfen gegen eine Armee die sie komplett weg kontert schwere Reiter Schwertkämpfer ein paar Abbelästen schützen gegen die Reiter gut die Reiter haben ein Problem hier hier ist es eng sie bleiben hier stecken eine Wettermaschine würde dafür sorgen dass das Südteam gnadenlos hier durchrennen könnte ist sich eine Mühe gemacht worden eine zu nein die Forschung wurde nicht gemacht bisher ghoul ghoul baut die Architektenstube oh dann das Reiterei ist jetzt ein bisschen gesandwich Novatos Reiter sind gestorben ich hab kurz geblinzelt und sie sind gestorben sie sind hier stecken geblieben und einfach niedergeschossen worden hier auf dieser Seite wiederum bringt ghoul Truppen mit die im Fernkampf was leisten können aber jetzt sind es Truppen des Südteams halt einfach flankiert was der Süden aber hat sind haufenweise Ressourcen um diese Truppen zu ersetzen Novato bringt Schwertkämpfer mit diese Schwerter haben hier einen gewissen Vorteil sie können mit Nieninformation an die Schützen rankommen und damit für Luft sorgen hier oben allerdings schlagen dann das Schwertkämpfer die übrigen Schützen nieder so Wörter und Ghoul sammeln darauf erstmal ihre neuen Armeen haben an beiden Flanken die Architektenstuben gebaut bilden sich ihre Stelle auf und hier ist der Punkt der Norden kann an diesem Punkt nichts machen sie müssten versuchen die Flanken einzunehmen aber mit jedes Mal wenn sie sich in Richtung einer Flanke bewegen kommt der Feind aus der anderen Richtung die Flanken sind halt was dieses Spiel entscheidet sind eisen eisen rüber schickt einfach das ganze eisen das er kriegt doch irgendwie rüber an der Leiche schickt das ganze eisen das er kriegt an dande rüber dann beutet sich ein paar speerträger inzwischen aus hier bei dir aus verzweiflung weil er einfach nicht nur die ressourcen hat um dagegen zu halten Leiche wiederum hat Schwefel in ein Ende er kann Scharf schützen schmeißen bis zum Ende oh oh jetzt ist der Umstand ist das hier abgesichert teilweise hier ist Novatos Reiterhorde unterwegs kriegt den Rücken gedeckt von diesen paar Schützen die hier stehen und die werden einfach schauen was sie an Schaden wo sind die Architekten passt da gut diese Reiterei wird hier nicht stecken bleiben und dann wird in der Lage sein dass sie zu verstopfen da kommen auch die weiteren Abelessenschützen oder überhaupt Abelessenschützen zusätzlich zu diesen inzwischen hat Dandy seine Reitere aufgewertet und ein paar Lebardiere mit ins Spiel gebracht und die Reiter wie wir sehen bleiben hier stecken jetzt ist eine Frage wie Novato sich entscheidet damit umzugehen er rennt durch weil die Truppen sich heraus bewegen lassen kalt ganz kalt aber dann bleiben die hier direkt stecken nein die gehen einfach drum die bleiben nicht stecken diese Reiter weil sie hier zu viele Truppen raus gewagt haben jetzt kommt Ghoul hinterher bringt seine eigenen Reiterei und einen vollen Angriff um die Flanke hier worauf das Süd-Nord-Team antwortet indem dann dem Leiste seinen eigenen kompletten Angriff auf die Basis des Süd-Teams durchführt was an sich der richtige Zug ist nur dass Nortiment die stärkeren Truppen für das was hier gerade unterwegs ist Lovatoz Reiterei ist unterwegs der Brückenarchitekt ist hier unterwegs hier wird die Brücke gerade gebaut Ghoul bleibt hier wiederum mal längst stecken Leitier hat ein paar Scharfschützen zurückgezogen und verstopft das Tor Speere sind unterwegs um dagegen auszuhelfen Holz ist kein Problem hier sind die Speere nicht vollständig frage ich mich die Reiter rennen natürlich einfach durch das Stadtzentrum hier durch da lässt es nichts gegen machen so gut seine beiden Helden hinten auch verloren Wartor könnte Truppen rekrutieren aber die Rekrutierung wird wahrscheinlich hier unten nötig sein das es nachgerückt und räumt hier hinter direkt auf so Wartor hat es geschafft all diese Dorfzentren zu zerstören aber seine Reiterei wird jetzt hier Probleme haben um da wieder raus zu kommen denn hier ist der ganze Sitz eng und ein Dorfzentrum ist noch am stehen das heißt die Reiter werden jetzt hier niedergekämpft werden oder zumindest so stark geschlagen dass sie neutralisiert sind was aber nicht bedeutet dass Ghoul nicht Druck aufrechterhalten kann das Südteam bildet inzwischen eine defensive Armee aus um dagegen zu antworten und die Brücken können gebaut werden auf beiden Seiten Ghoul hat unterdessen das Nordteam bei sich eingeschlossen und die haben keine Möglichkeit was dagegen zu unternehmen gut sie könnten hier versuchen Truppen zu auszubilden um hier in den Rücken zu fallen aber sind schon am Limit und oh Leiches Waag ist in den absoluten Selbstmord gerannt hier unterdessen prügelt Ghoul eine größere Bresche herein Leiche sammelt weitere Truppen um darauf zu antworten wie ist mit der Brücke aus wird sie schon gebaut sie wurde bisher nur in Auftrag gegeben also nicht aber sie kann entstehen ich denke das Südteam versucht zu Erla erst diesen Angriff von Leiche zurück zu schlagen den Norden bei sich eingeschlossen zu halten und dann werden die Brücken erst gebaut aktuell stehen natürlich keine Truppen da jetzt allerdings fällt Novato hier seine Armee aus Lande versucht natürlich die Flanken ein bisschen abzuklären aber nein das sieht nicht aus als wenn es klappen würde darauf antwortet direkt eine Armee von Schwertkämpfern die frisch ausgehoben wurde Guls Scharfschützen haben einen weiteren Vorteil wenn ich das richtig sehe sind das richtig kämpfen die so die Armee die die Reiter niedergerungen hat trifft jetzt hier ein um dagegen ein bisschen ja die Kämpfinformation also Guls Truppen Kämpfinformation leite ich jetzt nicht deswegen sterben die schneller Truppen die übrigens die Reiter niedergerungen haben kommen hier um auszuhelfen sind aber nicht formiert was bedeutet sie noch anfälliger als ohnehin schon und im Süden wurde die Angreifende an mir natürlich zurückgeschlagen es sind leichte Scharfschützen gewesen so die Brücken werden gesehen die Frage ist wird nun was dagegen machen Gull hat schon seine Reiterei hier ausgebildet und dadurch dass ihr den Druck aufrecht erhält ist leiches Blick nicht auf der Brücke was bedeutet die Reiter werden da gleich ohne Widerstand rüber gehen und aufräumen hier hinten versucht sich Dande gerade zu erholen Novator bildet einen Truppen aus und versucht den Druck weiter aufrecht zu halten will schätzen denn jetzt wurde Gull hier zurück gedrängt an diesem Punkt sind Leiche Struppen unterwegs um die Brücke aufzuhalten ein Leib Einer geht auch schon direkt mit um irgendwo seinen Stall hinzusetzen ich ich glaube sogar wenn er den Stall hinten hinsetzt das sieht Leiche dann nicht einmal Leiche hat das gesehen und bewegt sich er schickt auch schon diebel los um dagegen zu antworten in der Mitte wiederum Novator und Ghul holen sie die mit jetzt ohne größeren Widerstand holen sich eure Helden zurück und gewinnen dadurch den Vorsprung was Bevölkerungsplatz angeht das Problem hier ist es sind leichte Scharfslätzen die werden nicht viel gegen diese Reiter machen wenn sie nicht hier dazwischen stellen und die wortwörtlich mit ihren Körper verstopfen dann werden diese Reiter daraus kommen auf dieser Seite wiederum ist die Brücke schon gebaut nein aber sie kann es jeden Moment werden hier oben ist die Bresche ziemlich groß Ghul löscht inzwischen die Armee hier aus oder die Dorfstern hier aus Novato hat an Ghul Geld geschickt weil der Ghul hat an Novato Geld geschickt keine Ahnung irgendwo haben sie Geld geschickt obwohl beide nicht so pleite sind diese Reiter hier sie fühlen sich gemütlich einfach nichts zu tun ok sind aufgewacht und Novato sammelt hier Truppen um die Brücke zu bedrohen von Ghul kommt direkt schon die nächste Reiter Welle aus und der Stall steht und Reiter werden ausgebildet und die Brücken werden die Brücke wirklich gebaut werden äh entbaut werden sie wird ganz hart entbaut werden wobei der Zug an dem Punkt glaube ich schon abgefahren ist die Reiter versuchen das aber ist zu spät und da Ghul keine eigenen Liebe mitgebracht hat um diese Geschichte zu entschärfen ist die Brücke weg die Reiter hier oben sind stecken geblieben und sterben aber die Reiter hier erfüllen den Zweck und ja da Ghul hier die Nein Tatsächlich nicht Leiche hat die Präparatur in Auftrag gegeben sie sind nicht blockiert die Baustellen Ghul greift eigentlich das letzte Stadtzentrum an und stürzt damit gleich direkt auf die Zitterdelle drauf und kann weitere Truppen ausbilden unterdessen führt Novato ein Vormarsch auf die Seite durch und hat den Brückenbau noch nicht in Auftrag gegeben weil Dande darin den Trupp hingesetzt hat Leiche ist jetzt angreifbar und die Reiterei vertut gar nicht sie zieht sofort los um sie drauf zu stürzen es sind nicht viele Reiter und es sind sehr viele Scharfschützen aber doch die Titelle ist weg die Scharfschützen können das nicht aufhalten das war Leiche das lässt sich nicht aufhalten und jetzt wird es sehr übel für Dande Leiche schickt direkt alles was er hat an Dande rüber und Novato und Ghul füllen direkt jetzt in vollständigen Angriff durch dann das Großteil seiner Armee ist hier tatsächlich unten bei der Brücke und Novato kann die jederzeit aufbauen er könnte sogar die hier aufbauen und ja da lässt sich wenig gegen machen Lande versucht sie Dorfzindron hier einzunehmen oder zumindest zu blockieren aber Ghul wälzt einfach drüber und hier kommen gebuffte Schwertkämpfer mit Eric rein hat Alex einen Wirbelschlag sogar schon gemacht und Marie hat ihr Gift gezündet und dann wird ordentlich was gelöscht im Süden gibt es noch keine Anstalten die Brücke zu bauen und Ghul kommt mit einer riesigen Greiterhorde aus dem Norden dazu Dande bekommt den Schwefel von Lailche das Problem ist Dande hat keinen Büchsenmacher er bildet schon mal seine Diebe aus um die Brücken zu sprengen und er bewegt Truppen aus dem Süden nach den Orden um da aus zu helfen aber an diesem Punkt ist eine wortwörtliche Überrennung die dazu kommt theoretisch ja selbst mit Scharfschützen würde das glaube ich nichts mehr wenden an der Situation hier die Eiseneco ist nicht stark genug dagegen an zu halten was da ankommt Ghouls Eiseneco ist einfach übermäßig stark eben besonders die von Novato die ist ja irrsinnig die hier ist halt nicht stark genug um mit zwei Armeen mitzuhalten vor allen Dingen wenn eine Armee aus schweren Reitern besteht die einfach gnadenlos alle Schwertkämpfer ausrationalisiert die existieren und die andere aus guten Schwertkämpfern die alle die Schützen weg machen die die Reiter kontern könnten und dazu noch ein paar Abeläst Schützen die jegliche Form von eigenen Reitern zerstören kann es scheint so dass sich Ghoul aus Versehen oder vielleicht mit Absicht ein Trupp leichter Reiter mitgebracht hat und jetzt baut Novator beide Brücken gleichzeitig und bewegt seine Armee in Position so so Hier versuchen sie sich direkt mit Leib eigentlich über die Brücke zu schmuggeln, wie es aussieht. Mit diesem Brückenbau hat Novata natürlich sichergestellt, dass Stande seine letzten Truppen nicht von hier wegziehen kann. Und dementsprechend an zwei Fronten kämpfen muss. Gut, die Reiter über diese Brücke zu schicken war vielleicht ein bisschen selbstmörderisch. Die Abläsden können hier ordentliche Arbeit jetzt leisten. Der Dieb wiederum ist einfach drin stecken geblieben und gestorben. Einfach zerquetscht worden von der Masse an Truppen. Apropos Masse an Truppen. Eine absolute Dampfwalze des Todes zieht gerade aus dem Norden nach Süden. Lande versucht seine Truppen im Süden zu sammeln, wie es aussieht. Und neue Diebe auszubilden. Die zweite Brücke wird gesch... Uh, ganz knapp. Novata hat es ganz knapp verhindern können. Und einige seiner Schwertkämpfer sind über die Brücke drüber gekommen. Aber er bildet keine weiteren Truppen hier unten aus, die dagegen noch Druck aufrechterhalten sollen. Das hier ist eine Ablenkung. Nichts viel mehr und nicht viel weniger. Gut, er hat hier oben noch eine Reiterhorde stehen, die in der Lage wäre, hier unten auszuhelfen. Aber Dande kämpft tapfer bis zum Schluss und arbeitet daran, diese Brücke zu halten, so gut es geht. Und er hält sie. Wobei jetzt von Novata und der Truppen hier unten ausgebildet werden. Schwerter und Abelesten. Er übernimmt die Fernkampfüberlegenheit in dieser Situation. Gleichzeitig mit der Nahkampfüberlegenheit. Wobei eine Brücke gesprengt wurde und die andere Brücke gleich direkt gleich auch. Vor die Truppen hier überhaupt ankommen können. Er darf natürlich nicht vergessen, seine Truppen zurückzuziehen. Novata fällt inzwischen aus dem Norden über ihn her. Ähm. Gut, ich wollte schon sagen. Es ist mutig. Das eröffnete damit die Möglichkeit, seine Truppe vom Süden aus Richtung Norden zu ziehen, um hier auszuhelfen. Wobei Ghul inzwischen über die Dorfzimmern herfällt. Noch ist keins gefallen, aber gleich fallen sie. Inzwischen hat er den Büchsenmacher, hat er dieses gezogene Lauf erforscht. Und könnte sich den Büchsenmacher bauen. Aber jetzt, wie die Dorfzimmern gleich fallen, ist er nicht in der Lage, irgendwas dagegen zu halten. Das ist eigentlich wie eine Rekrutierung, solange es geht noch drin. Aber jetzt ist es zu spät. Dementsprechend müssen dann das Truppen gerade ihren Last Stand machen. Er hat hier ein paar Reiter durchgeschmuggelt und einen Stall hier hinten aufgebaut, um ein No-You-Rush gegen Ghul und Novata durchzuführen. Worauf Ghul antwortet, indem er seinen eigenen Reiter mitbringt und sagt Nein. Hier hinten kämpfen seine Truppen dennoch wacker noch gegen die Horde von Ghul, die er eingefallen ist. Wobei die Reiter wortwörtlich überall sind. Wie weit kommen die hier eigentlich noch? Ich denke auch, dass im Unternehmensblock jetzt noch zwei sehr spannende Spiele passieren werden. So, die Zitadelle wird von Schwertkämpfern bejagert, die natürlich nicht so stark sind. Eric könnte einen Buff raushauen, damit das einfach instant passieren würde. Die Reiter hier wurden aufgerieben, ohne wirklich Schaden anrichten zu können. Dann versucht er seine Gebiete wieder aufzubauen, aber wie viele Steine hat er noch, um das zu machen? Oh ja, er hat alle Steine der Welt dafür. Doch jetzt, jetzt endet das. Das war auf jeden Fall ein schönes Spiel zu sehen. Und damit ist dieses Spiel hier geändert. Das Südteam, Dorfbuffer-President, hat sich gegen Ereks Toilettentrupp durchgesetzt. Nun gut, schauen wir uns die Statistiken einmal ganz kurz an. Ein Überblick über die Gesamtpunkte verrät uns, dass es Ghul ganz vorne war. Gefolgt von Novator, gefolgt von Dandel, gefolgt von Leiche. Militärisch gesehen waren die meisten Punkte bei Ghul. Darauf gefolgt von Novator, Leiche folgt darauf und dann folgt Dandel. Wobei die beiden sich fast gleich auf sind. Gesamtpunkte, die Bauernhöfe, die Wohnhäuser und die Arbeitsplätze. Die gesamte Gebäude hier, so. Soldaten Zwischenzeitlich hatte Leiche echt sehr, sehr viele Soldaten. Ein gutes Stück mehr als das Nordteam. Äh, Südteam. Aber es waren leichte Scharfschützen. Ausschließlich leichte Scharfschützen. Während die Armee aus dem Süden auch zum guten Teil aus Schwertkämpfern, äh, aus schweren Reitern bestand. Und Schwerreiter sind natürlich weniger Soldaten. Und sie schlagen Scharfschützen. Die Motivation. Die Leibeigenen. Die meisten Leibeigenen hatten zwischen den Ghul mit 265. Die Arbeiter. Lehm. Eisen. Thaler. Stein. Bei Stein ist das Dandel weggerannt. Schwefel. Da ist... Nein, jetzt krieg ich Schluck auf. Da ist Ghul weggerannt. Und... Holz. Da ist Dandel weggerannt. Weil sein Leib eigentlich niemals aufgehört, am Holz zu hacken. Sie wurden auch erst... Sie wurden auch niemals in diesem riesigen Maß entlassen. 72 Gebäude wurden durch Ghul zerstört. 16 durch Novator. 76 Gebäude wurden verloren durch Dande. Nicht ganz so viel durch Leiche. 544 Leute wurden von Ghul erledigt. 433 von Novator. Darunter befindet sich Leiche mit seinen Scharfschützen. Natürlich besonders in der Mitte. Durchaus was machen konnten, weil die Nahkämpfer nicht rankamen. Dann kam Dander. Die größten Verluste hat Dander erlitt mit 612. Die geringsten Verluste hat Novator mit 319. Hier der Gesamtpunktestand. Dann noch die Statistiken darüber, wer was verdient hat. Ausgezählter Schaden. Ghul mit 141.000. Novator mit 92.000. Schaden an Einheiten. 81.000 von Ghul. Danach kommt diesmal Leiche. Danach kommt tatsächlich dann Dande. Und dann ganz unten Novator mit 64.000 Schaden an Einheiten. An Gebäuden wiederum hat Novator den zweitmeisten Schaden mit 28.000, wenn Ghul mit 60.000 in Ersten hat. Die meisten Angriffe von Novators. Aber letzten Schützen durchgeführt würde ich schätzen. Und seine Schwertkämpfer natürlich auch. Und hier sehen wir. Anfangs hat Leiche ziemlich positiv gekämpft. Sehr positiv. Und insgesamt hat Leiche sogar positiv gekämpft. Und dann ist er abwärts gegangen, nachdem seine Truppen Stück für Stück niedergerungen wurden. Und seine Nahkämpfer natürlich auch hart verloren haben in vielen Ecken und Enden. Leiches positives Kämpfen kam zum größten Teil daher, dass er natürlich mit seinen Scharfschützen feindliche Ziele beschossen hat, feindliche Truppen. Während diese Truppen was anderes angegriffen haben. Seine Truppen sind hier wirklich gestorben. Aber sie konnten auch nicht wirklich was machen. Daher sehen wir auch, dass er nicht so viel verloren hat. Wobei Novator und Ghul beide gegen Ende besonders positiv gekämpft haben. Anfangs sind die Reiter oftmals irgendwo stecken geblieben und dann gestorben. Besonders beim Kampf in der Mitte und bei dem einen Reiterangriff auf das Tor. Gesamtpunkte standen wieder, aber erst haben wir noch diese Geschichten hier. Upgrades, Verzierungen, Mauern. Dorfzentren, Limits. Technologien, Kanonen. Zurückgelegte Distanzen. Gegebene Befehle. Die meisten gehen an Ghul, danach Novator. Danach Dande, danach Leiche. Handel gibt's nicht. Ausgetauschte Sachen. Und... Oh, Zeit. Hier hat er nur noch kurz mal einen riesigen Haufen von Auftrink pro Minute. 445 Befehle die Minute. So, damit sehen wir das hier. Und das, liebe Gemeinde, wären unsere drei Matches für den heutigen Tag gewesen. Ich bedanke mich jetzt mal bei allen, die bei YouTube zugeschaut haben. Und wir werden uns beim nächsten Spiel wiedersehen. Wenn... Ich weiß nicht, was das nächste sein wird, das noch stattfinden wird. Muss ich noch in den Kalender schauen. Ich glaube, wir haben für den 21. noch eins anstehen. Sicher bin ich mir noch nicht ganz, aber das müssen wir wirklich nur prüfen. Bis dahin allerdings. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und... Serio?